Also so kann es definitiv nicht weitergehen. Das habe ich mir vor einigen Monaten gedacht, weil ich war die ganze Zeit im Stress, am Tun, am Reagieren. Kennst du das? Also so können wir keine neuen Projekte losstarten, keine neuen Ideen entwickeln. Wir können nichts Neues anfangen, weil wir sind mit dem täglichen Leben, mit dem täglichen Tun und Wirken restlos ausgefüllt. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich arbeite jetzt auch noch in der Nacht, aber das kann es nicht sein. Oder ich ändere was. Und das habe ich gemacht. Ich bin in ein Selbsteigenexperiment gegangen. Es geht darum, mehr freien Raum zu finden, für Entspannung, für einfach kreative Prozesse. Einfach mit neuen Ideen schwanger zu gehen oder über gewisse Probleme vielleicht einfach so ein bisschen nachzusinnen. Ich sage gerne dazu, blöd schauen. Einfach blöd in die Luft schauen. Weil auf einmal ist plötzlich die Lösung da. Wenn eben der Kopf oben frei wird, leer wird. Und so habe ich meinen eigenen Alltag einmal genauer angeschaut. Und ich habe gesehen, pro Tag liege ich circa zwei Stunden vor dem Fernsehen. Dann habe ich mir das einmal durchgerechnet. Zwei Stunden am Tag mal sieben, also die Woche, mal 4,33, durchschnittlich ein Monat, mal zwölf, das Jahr. Und dann habe ich diese Stundenanzahl dividiert durch zwölf, also durch zwölf geteilt, also zwölf hellwache Stunden. Und dann bin ich auf zwei Monate gekommen. Dann habe ich gesagt, also diese zwei Monate, die hole ich mir. Das heißt, ich habe mich entschieden, der Fernseher muss gehen. Dann habe ich ihn einfach verräumt. Dann habe ich mir die nächste Position angeschaut. Ich schaue gerne auf Social Media ein bisschen durch. Da gibt es ja ganz tolle Dinge. Aber dafür habe ich pro Tag circa eine Stunde aufgewendet. Und habe mir gedacht, diese eine Stunde, das möchte ich gern halbieren. Was glaubst du, wie viel verbringt der Durchschnittseuropäer pro Tag am Handy? Es sind 3,7 Stunden am Tag. Heißt, fast vier Monate, wenn man den Tag mit zwölf Stunden kalkuliert. Fast vier Monate. Und habe mir einmal genauer angeschaut, wie arbeite ich vor dem Computer. Das heißt, ich habe mir einmal selber den Spiegel vorgehalten. Und habe gesehen, wenn ich am Computer arbeite, dann habe ich die ganze Zeit das Outlook offen. Und ich werde die ganze Zeit gestört, weil irgendeine E-Mail reinkommt. Und stelle dir das einmal vor, wenn wir gestört werden, nachher brauchen wir wieder circa 20 Minuten, bis wir wieder im gewohnten Arbeitsfluss drinnen sind. Und beim Handy ist es genau das Gleiche. Aber nochmal zum Outlook. Ich habe dann gesagt, das Outlook mache ich jetzt nur mehr in der Früh, mittags und am Abend auf und schaue, was gibt es, wo muss man was tun. Und sonst ist es eben geschlossen. Und beim Handy genau das Gleiche. Ich habe alle Push-Nachrichten ausgeschalten und das Handy auf lautlos. Und so habe ich für mich selber sehr viel freien Raum gefunden. Sehr viel kreativen, leichten Raum, wo der Kopf einfach runterfahren kann. Wo einfach Platz ist für Kreativität, für Neues. Und ich bin gespannt, wie es dir damit geht. Wir sehen uns auf alle Fälle beim nächsten Video. Pfiat dir derweil, Servus, mach's gut.